Musik Das Waldhorn gehört seit über 300 Jahren für die Kirchheimer zum gewohnten Anblick ihres Marktplatzes. Der Wunsch vieler Bürger war es, dass neben dem Hotelbetrieb auch wieder eine Außenbewirtung angeboten wird. Ursprünglich wollte der neue Pächter dies bereits in diesem Jahr umsetzen. Allerdings ist die Substanz des Gebäudes so marode, dass es nicht erhalten werden kann. Der Gemeinderat der Stadt einigte sich deshalb mit dem Besitzer auf einen Neubau, der optisch dem jetzigen Gebäude entspricht. So bleibt das gewohnte Stadtbild erhalten und der westliche Marktplatz kann durch die Außenbewirtung auch wieder mehr belebt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017